In den kalten, kahlen Gängen des städtischen Tierheims lebte eine Katze, die im Schatten der Zeit verloren gegangen war. Mit 18 Jahren war sie eine alte Dame, ihre einst glänzende schwarze und weiße Felldecke war von den Jahren verblasst. Ihre Augen waren von einem Leben voller Geschichten getrübt. Sie hatte ihren Lebensmut fast verloren, doch in ihren alten Gliedmaßen schlummerte noch ein Funke Widerstandsfähigkeit. Die Tierheimmitarbeiter nannten sie Onyx. Nach dem tiefschwarzen Glanz ihres Fels. Onyx' Geschichte war voller unbekannter Kapitel. Niemand wusste, wie sie so viele Jahre lang überlebt hatte oder ob sie jemals eine Familie gehabt hatte. Doch eines war klar. Sie sehnte sich nach Geborgenheit und Trost. In den sterilen Käfigen des Tierheims verlor sie langsam die Hoffnung, ein Zuhause zu finden. Wer würde sich schon für eine so alte Katze interessieren? Die Tierrettungsorganisation, die sich um Onyx kümmerte, war entschlossen, ihr eine letzte Chance auf Glück zu ermöglichen. Sie verbreiteten ihre Geschichte in sozialen Medien und teilten Bilder von ihrer stoischen Schönheit, in der Hoffnung, dass jemand ihr Herz berühren würde. Ihre Geschichte erreichte die Ohren von Tim, einem Mann, der die tiefe Liebe zwischen Mensch und Tier kannte. Tim hatte selbst eine alte Katze, die ihm in den letzten Jahren viel Freude bereitet hatte. Und er wusste, wie besonders die Beziehung zu einem Tier sein konnte, das einen schon so lange begleitete. Als Tim Onyx im Tierheim besuchte, spürte er eine tiefe Verbindung zu ihr. Onyx schmiegte sich an ihn und rieb ihren Kopf an seiner Hand, als wolle sie ihm sagen, ich habe so lange darauf gewartet. Tims Herz war angerührt. Er erkannte in Onyx eine Seelenverwandte und er wusste, dass er sie mit nach Hause nehmen musste. Trotz einiger chronischer Gesundheitsprobleme, die Onyx mit sich trug, zögerte Tim keinen Moment lang. Er wusste, dass er ihr ein sicheres und liebevolles Zuhause bieten konnte und Onyx schien dankbar für seine Zuneigung zu sein. Sie folgte ihm auf Schritt und Tritt durch das Haus, kuschelte sich in seinen Schoß und schnurrte zufrieden. Zwei Jahre vergingen und Onyx erlebte eine Renaissance. Ihre Augen funkelten mit neuer Lebensfreude und ihre schlanke Gestalt bewies, dass sie sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlte. Tim feierte ihren Zwanzigsten. Geburtstag mit einem speziell gebackenen Katzenfutterkuchen, den Onyx mit großem Appetit verspeiste. Sie war zu einem geliebten Familienmitglied geworden, das Tims Leben mit bedingungsloser Liebe bereicherte. Onyx' Geschichte ist ein Beweis für die unendliche Liebe und Loyalität von Haustieren, unabhängig von ihrem Alter. Tim ermutigte andere, ältere Tiere zu adoptieren, da sie oft noch mehr Liebe und Dankbarkeit zu geben haben als junge Tiere. Für ihn war Onyx ein Geschenk, das ihm die Schönheit der bedingungslosen Liebe zeigte und er wusste, dass er für den Rest ihres Lebens dankbar sein würde, dass sie in sein Leben gekommen war.